Du hast den Genies Alliance Podcast heute mit dem Thema Riskiere mal was und lerne schneller, was funktioniert. Ich werde dir in dieser Podcast-Folge unter anderem verraten, wie schnell du Technologien oder Prozesse testen kannst und du wirst überrascht sein, was heute alles möglich ist, sodass du herausfindest, was im Markt funktioniert und was nicht. Ich wünsche dir viel Spaß und wir machen eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Wenn aus Smart genial wird. Wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird. Dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du hörst den Genies Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digital-Experten. Also nochmal das Thema der heutigen Sendung. Riskiere mal was und lerne schneller, was funktioniert. Und ich möchte starten mit einer Geschichte. Die könnt ihr auch selber anschauen. Jetzt muss ich kurz schauen. Und zwar ist das Netflix-Doku Rückkehr ins Weltall. Vielleicht hat der ein oder die andere das hier auch schon gesehen. Dann ist das eine nette Zusammenfassung oder auch ein Reminder. Weil was mich sehr beeindruckt hat an dieser Dokumentation, Elon Musk und SpaceX, war, dass der Vergleich hergestellt wurde zwischen der NASA und dem Unternehmen von Elon Musk. Und das Interessante dabei war, dass die NASA einfach keine Weltraummissionen mehr gemacht hat, sondern die hat pro Astronaut den Russen, glaube ich, über 80 Millionen bezahlt dafür, dass sie den Amerikaner mitnehmen auf ihren Raketen und zur Internationalen Raumstation fliegen. 80 Millionen pro Passagier. Das nenne ich mal ein Ticket. So, was ist passiert? Die Arbeitsweise war einfach eine ganz andere bei der NASA und im Vergleich dazu SpaceX von Elon Musk und seinem Team. Und zwar hat die NASA immer alles am Boden, im Wasser, was man so auf der Erde so alles nutzen kann, um so ähnliche Situationen wie im Weltraum zu schaffen. Die haben alles getestet bis ins Kleinste. Und das ist ja auch verständlich, denn es ging ja schließlich am Ende auch um Menschenleben. Also die Raketen haben ja dann die Astronauten befördert und man muss sich das Ganze so vorstellen, wenn ihr das vielleicht auch wisst, ist eine riesige Rakete, ganz oben sitzen die Astronauten drin und wenn die dort oben einsteigen, dann fangen die an, diese Rakete zu betanken mit tausenden von Litern, keine Ahnung was das ist, Kerosin oder irgendein Treibstoff. Hochexplosiv, das heißt, du sitzt quasi auf einer Bombe. Also ein ganz eigenartiges Gefühl und dann zündet da unten auch noch jemand das ganze Ding und dann fliegt das ins All. Also man kann sich vorstellen, warum die NASA sagt, hey, wir testen das alles hier bis ins Kleinste, bis das alles funktioniert. Der Elon Musk ist ein bisschen anders rangegangen. Der hat nämlich damals gesagt, als er eingestiegen ist in dieses Geschäft, Leute, passt auf, also zu seinem Team, Leute, passt auf, ich habe Geld für genau drei Raketen und spätestens bei der dritten Rakete muss das Ding fliegen. Alles unbemannt. Also wir müssen nachweisen, dass wir das Ding in die Luft kriegen, damit wir den nächsten Test machen können mit Menschen. Also mit zwei Piloten, die dann tatsächlich oben in der Kanzel drin sitzen. Und was soll ich sagen, was ist passiert? Der erste Test hat stattgefunden und es gescheitert. Also beim Abtrennen des ersten Moduls, des Treibstofftanks, ist das Ding explodiert. Das zweite, der zweite Versuch, ist genau das gleiche passiert. Beim dritten Versuch ist uns ein bisschen höher gegangen, aber auch das ist gescheitert, auch explodiert. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es diesem Team geht und vor allem Elon Musk, der gesagt hat, bei drei Raketen ist mein Budget am Ende. Gibt er sich geschlagen, ist die Mission gescheitert, wir wissen es heute besser. Er hat weitergemacht, er hat weiter investiert, aber er hat Versuche gestartet, er hat quasi ausprobiert und er und sein Team haben gesagt, in dieser Dokumentation, dass sie aus diesen Fails gelernt haben. Sie haben immer mehr dazugelernt, sie haben immer mehr verstanden, was man eigentlich am Ende machen muss, damit man so eine Rakete relativ sicher da hochbringt. Und wir wissen heute, dass er in der Lage ist, diese Treibstofftanks wieder zurück zur Erde zu bringen, dass die wieder landen. Also es ist nicht, explodiert nicht oder ist nicht irgendein Schrott, der dann entsteht, sondern er recycelt im Grunde diese Brennstufen. Also auch das wieder eine Innovation. Warum ist das innovativ? Warum ist das wichtig? Also nicht nur wegen Umweltschutz natürlich, aber vor allem um diese Kosten für diesen Weltraumtransport einfach zehnfache oder hundertfache weniger zu machen. Weil letztendlich ist das bei der NASA gescheitert an der Kohle. Die hatten einfach kein Geld mehr, es war einfach zu kostspielig. Die haben nicht schnell genug gelernt und sie haben, was wollte ich jetzt sagen? Zeit vergessen. Nehmen wir mal die beiden Sachen. Das dritte, auf das dritte komme ich gleich noch. Das war im Grunde die Art der Herangehensweise des Innovierens, dass diese Treibstofftanks wieder unten auf der Erde ankommen, also wieder zurückkommen und natürlich diese hohe Geschwindigkeit der Lernkurve, die sie mit dem völlig anderen Prozess als die NASA hingekriegt haben. So, Ende vom Lied war, der hat nochmal nachfinanziert, wo auch immer er die Kohle herbekommen hat. Irgendwie hat es dann doch funktioniert und dann irgendwann hat das funktioniert, dass diese Raketen sicher ins All gekommen sind und dann hat er angefangen, Satelliten da hoch zu schießen. Ständig, jeden Monat ist so ein Ding da hoch, immer nacheinander. Als er nachgewiesen hat, dass das funktioniert, hat die NASA ihm, glaube ich, 1,2 Milliarden Budget angeboten, dass sie jetzt zusammenarbeiten. Ja, und dann war natürlich die Kurve des Unternehmens gar nicht mehr aufzuhalten. Und am Ende haben sie sogar zwei Astronauten, die ersten Astronauten, die ersten amerikanischen Astronauten, die auf amerikanischem Boden mit einer privaten Weltraumgesellschaft ins All gelangt sind. Ja, das hat er am Ende geschafft. Welche Learnings können wir uns mitnehmen und was, und jetzt kommt der Bogen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, was bedeutet das eigentlich für uns technologisch? Was können wir heute anders viel schneller machen? Das erste wichtige Learning ist, überdenke deinen Prozess des Lernens, wie etwas funktioniert. Wie funktioniert deine Zielgruppe? Wie funktionieren deine Geschäftsmodelle? Wie funktionieren deine Absatzkanäle? Wie funktioniert dein Vertrieb, dein Marketing? Egal was du hinterfragst, all diese Details hat ja der Elon Musk bei seiner Rakete auch hinterfragen müssen. Ja, jedes einzelne Bauteil, jeder einzelne Prozess, alle Flüssigkeiten, die da verbaut oder eingebracht werden, was auch immer, ist ein bisschen komplexer als unser Unternehmen. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes. Und die Art und Weise, wie du da herangehst, dass du nicht zu viel testest in der Theorie. Nur mal ein Beispiel. Du möchtest eine Applikation bauen, eine Plattform bauen. Viele fangen dann an und sagen, und so haben wir das früher auch gemacht. Wir wussten es einfach nicht besser und haben erst mal Storyboards gebaut. Wie viele Seiten hatte das Ding am Ende? 80 Seiten, 100 Seiten, 200 Seiten, die einfach nur diesen Klickweg visualisiert haben. Also hat sich ein Designer herangesetzt und hat dann Step by Step das ganze Ding durchgestylt. So, und dann fing der Programmierer an, das ganze Ding durchzuprogrammieren. Und dann ging der Grafiker wieder rüber und hat gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, ob der Programmierer exakt das grafisch so umgesetzt hat, wie ich das layoutet habe. Und dann ging dann der User nochmal drauf, der Kunde ging nochmal drauf und du hast dann so viele Iterationsstattel-Lifen, dass das Ding überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hat, wirtschaftlich gesehen. Das war also ein Riesenapparat. Machen wir heute anders. Wie erzähle ich dir gleich? So, das heißt, die Art und Weise, wie du an den Prozess rangehst, muss sich ganz dramatisch verändern. Du musst diese Raketen hochschießen. Dann befördern die halt am Anfang keine Personen. Dann ist halt der Funktionsumfang eingeschränkt. Dann befördern die halt Satelliten. Und wenn so ein Ding in die Luft geht oder explodiert, weil es Fehlkonstruktionen gibt, dann gehen keine Menschenleben drauf, dann geht halt so ein Satellit drauf. Okay, so what? Das ist dann Material oder meinetwegen auch Geld, was da an Rauch aufgeht. Aber du lernst, wann fliegt deine Rakete? So, und wir nehmen uns immer so wahnsinnig viel Zeit und versuchen in unserer Ingenieurdenke, das irgendwie zu ertüfteln und zu basteln und hier zu schrauben und da anstatt mal wirklich rauszugehen und zu sagen, ich mache jetzt meiner Zielgruppe einfach mal ein Angebot und gucke, was passiert. Und wenn keiner kauft, dann nehme ich das Angebot zurück und dann überarbeite ich das Angebot so lange, bis die Zielgruppe kauft. Und dann frage ich nicht mehrere tausend Menschen, sondern vielleicht frage ich einfach mal zehn. Ja, vielleicht mache ich auch eine anständige Research-Phase. Einfach mal erforschen, einfach mal für den Kunden interessieren und mal sagen, hey, pass mal auf, in den nächsten drei Monaten wird nichts programmiert, nichts layoutet, nichts gedacht an Funktionalität, sondern wir setzen uns einfach mal drei Monate auf den Popo und reden mit den Leuten, die wir glücklich machen wollen. Ja, was ist denn da so schwer? Machen wir aber nicht. Ist so umständlich. Oder vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Narzissmus dabei, dass wir sagen, ja, ich weiß schon, was die Zielgruppe braucht. Ja, ich habe da jahrelang mit denen gearbeitet. Da brauchst du mir nichts erzählen, was die alles brauchen und was die nicht brauchen. Das kann ich dir genau sagen. Frag sie und du wirst da staunt sein. Vielleicht wird sich deine Zielgruppe auch einschränken, wenn du gesagt hast, naja, ich will alle Architekten ansprechen oder alle Apotheker ansprechen. Vielleicht gibt es auch Unterschiede. Vielleicht gibt es andere Generationen, Nachfolgegenerationen, junge Leute, die hungrig sind, die wissen wollen, wie kann ich meine Apotheke digitalisieren. Und du brauchst gar nicht mehr missionieren. Du brauchst gar nicht mehr aufwendige Tutorials bauen oder so, um ältere Herrschaften mitzunehmen auf die Reise oder überhaupt zu überzeugen. All das nicht. Denn Marketing sieht ganz anders aus für eine viel spitzere Zielgruppe. Also es gibt ganz viele Erkenntnisse, wie du dich da, ja, wie du da herangehen kannst, um einfach so eine Rakete in die Luft zu bringen. Das ist es im Grunde. Ja, ausprobieren und so schnell wie möglich im Markt. Willst du einen Podcast bauen? Ja, ihr wisst, ich liebe Podcasts. Und wenn du einen eigenen Podcast machen willst, mein Gott, ich sage zwar immer, nimm die geilste Technik, damit das gut klingt, ja, und ba, 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 nimm dein Handy und mach es mit dem Handy. Rakete steigen lassen. Denk an die Rakete, ja, dann mach mit deinem Handy einen Podcast. So what? Los geht's. Ja, also anfangen ist viel wichtiger als dieses ewige Ich muss noch was lernen und ich weiß noch nicht und da gibt es Coaches, die sind vielleicht noch viel besser oder da gibt es andere Unternehmen, die haben die Plattform schon schon in der Mache oder was auch immer. Das sind alles so Glaubenssätze, die einen nur abhalten und du versuchst dich vor der Presse nicht zu blamieren, wenn du rausgehst mit der ersten innovativen Plattform und der fehlt noch irgendwas und so weiter. Völlig egal. Raus damit in den Markt. Lerne unterwegs fliegen. Eine Kurze Unterbrechung, denn ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst, ihr habt mir in den letzten Monaten zahlreiche Nachrichten geschickt. Vielen, vielen Dank dafür und ihr habt mich gefragt, wann ich das Digital Leadership Mentoring für Unternehmer und Unternehmerinnen wieder auflege. Und deshalb freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass wir ab sofort wieder durchstarten können. Wenn du also Lust hast und daran interessiert bist, ein skalierbares und profitables digitales Business aufzubauen oder du dein Unternehmen für die Digitalisierung fit machen möchtest, dann besuche uns im Netz auf www.genius-alliance.com oder folge dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und nun die schlechte Nachricht. Das Zeitfenster für das Digital Leadership Mentoring wird sich bald wieder schließen. Da ich noch in andere digitale Projekte involviert bin, kann ich nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern im Unternehmer-Mentoring begleiten. Es wäre also jetzt ein guter Zeitpunkt für dich, den Podcast an dieser Stelle kurz zu unterbrechen und ein kostenfreies Vorgespräch zu buchen. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen und wünsche dir nun weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Das hört sich doof an, wo du sagst, naja, es wäre schon gut, wenn ich so einen Pilotenschein hätte und ich bewege das Flugzeug dann in die Luft und weiß genau, was ich tue. Aber es gibt Momente im Leben, da ist das wurscht. Dann suchst du dir einen Piloten, der bringt das Ding in die Luft und da oben erklärt er dir, wie es funktioniert und ich schwöre dir, du wirst das Ding mit seiner Hilfe landen können. Und die Hilfe kannst du dir immer holen. Ja, aber du musst selber jetzt noch kein Luftfahrt-Patent haben, um ein Flugzeug in die Luft zu bringen. So, Elon Musk kann auch keine Rakete bauen, aber der lässt die halt einfach steigen. So, also der Prozess ist entscheidend, wie gehe ich ran und wie gehe ich so schnell wie möglich in den Markt. Ja, also dieser Lernprozess muss einfach viel, viel schneller funktionieren und es fängt im Kopf an. Und das wollte ich vorhin damit sagen, mit den Glaubenssätzen, ja, oder auch mit den Glaubenssätzen, ich wüsste, was die Zielgruppe braucht oder sich von uns wünscht. Ja, nee, Fragen stellen. Einfach wirklich mal die Leute fragen. Also so eine Mindset-Frage geht dem immer voran. Muss da oben zwischen den Ohren, ja, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Da oben musst du was umstellen, damit das Handeln der Hände, ja, und allen anderen Körperteilen natürlich dafür sorgt, dass das auch in die Umsetzung kommt. Das ist natürlich wichtig, dass es nicht nur in der Theorie bleibt. So, was möchte ich heute in Sachen Applikationen oder generell Technologien sagen? Wie schnell kannst du das heute in den Markt bringen? Ich hätte vor einigen Jahren noch gesagt, fünf Jahre, zehn Jahre hätte ich noch gesagt, okay, wenn du eine Plattform bauen willst, wenn du eine Mobile-App haben möchtest, ja, oder wenn du einen Webshop machen möchtest oder solche Geschichten, ja, dann hätte ich gesagt, naja, rechne mal so mit einem halben, dreiviertel Jahr, je nachdem, ja. Es dauert natürlich länger, ja, wenn du die Kompetenzen nicht im Haus hast. Also wenn ich ein Team mitnehmen muss auf Kundenseite, also wenn ich jetzt als externer Berater in ein Unternehmen komme und das Unternehmen sagt, ich brauche ein CMS, CRM, ERP, was auch immer System, und ich muss dann eine Crew mitnehmen, die sie damit nicht auskennt, ist der Prozess natürlich deutlich länger, weil ich natürlich auch so eine Art Mentoring oder auch Coaching-Rolle einnehmen muss, ja, damit die wissen, was passiert denn da jetzt gerade, was machen wir als nächstes und was brauche ich überhaupt, ja. Ähnlich geht es Unternehmen, die gerade mit innovativeren Themen zu tun haben, künstliche Intelligenz, ja, Datenanalyse oder Big Data, überhaupt Daten zu generieren oder zu erheben, all diese Dinge, da braucht es natürlich ein bisschen mehr Zeit, klar. Aber wir reden jetzt mal über den Fall, du hast irgendwie eine coole Idee, willst das relativ schnell umsetzen, technisch, ja, und am Ende ist das eine Mobile-App oder eine Plattform oder ein Shop-System. Nehmen wir mal diese drei Beispiele. Dann kannst du das heute mit dem Stand der Technik, ja, und da habe ich gute Jungs und Mädels bei uns im Team, ja, unter anderem auch in der Kooperation mit DICOR, mit dem Michel und seiner Crew, Leute, die in der Lage sind, so in zwei bis vier Wochen erste Tests zu machen. Und diese Geschwindigkeit, die ist ein enormer Wettbewerbsvorteil. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Idee, besprichst sie mit einem Team und in zwei bis vier Wochen kannst du die schon testen, du kannst schon richtige Funktionstests machen, du kannst schon richtige Prozest-Tests machen. Wie cool ist das denn? In zwei bis vier Wochen, das ist super, Hyper-Schallgeschwindigkeit, wenn es das gibt. Mach drei. Ja, also, ich will dir einfach heute mal so ein bisschen ein Gefühl dafür geben, ja, was technologisch heute schon alles möglich ist und wie schnell du von einer Idee in die Umsetzung gehen kannst. Dass dann nach zwei bis vier Wochen die Erkenntnisse wieder zurückfließen müssen in dem Prozess, ja, um dann noch Nachbesserungen zu machen, Korrekturen zu machen, weiß ich nicht, Funktionen erweitert werden müssen oder was auch immer. Oder dass die Oberfläche, das User Interface Design, ja, die Usability irgendwie noch smoother gemacht werden muss oder was auch immer, das ist ja völlig klar, ja. Aber du hast einen Erkenntnisgewinn in so kurzer Zeit, dementsprechend wenig musst du auch investieren, das darfst du ja nicht vergessen. Ja, so ein halbes Jahr zu finanzieren, so ein Team, das kann richtig ins Geld gehen, ja, aber in zwei bis vier Wochen zu einer Erkenntnis zu kommen, hopp oder top, ja, ey, wir machen da weiter oder nicht. Wie der Elon Musk gesagt hat, wir starten diese drei Raketen und wenn die weg sind, dann ist mein Budget halt auch weg. Gut, der hatte dann noch Geld, ja, aber die vierte, fünfte ist dann halt geflogen. So, und das ist das Entscheidende. Ja, ja, also mal was zu riskieren, mal diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich teste das jetzt mal zwei bis vier Wochen, so, nehme diese Erkenntnis, lerne also viel schneller, was funktioniert und was nicht funktioniert und kann die Idee dann auch loslassen, das ist auch so eine Kunst, ja, also dann zu erkennen, okay, ich reite hier ein totes Pferd, das lasse ich besser, ja, da versenke ich jetzt nicht noch mehr Investitionsgelder und Zeit, ja, sondern ich gehe nach zwei bis vier Wochen mit einem ganz klaren Ergebnis raus, verfolge ich das Projekt oder eben nicht. So, und das ist ein wichtiges Momentum, wenn du darüber nachdenkst, Prozesse, Technologien, einfach mal, ja, zu validieren, ja, zu prüfen, anhand deiner Zielgruppe zu prüfen und auch zu prüfen, inwieweit du deine Research-Hausaufgaben gut gemacht hast, inwieweit kennst du deine Zielgruppe wirklich mit ihren Bedürfnissen, inwieweit hast du wirklich eine tragfähige Idee geschaffen und das Ganze in zwei bis vier Wochen ist mega, mega, mega schnell. Wenn dich das Thema weiter interessiert, du sagst, ich habe da eine coole Idee, die muss technisch umgesetzt werden. In den Show Notes dieser Podcast-Folge sowie in allen anderen hast du unten immer die Möglichkeit, so einen Strategie-Call mit uns zu führen, 30 Minuten und wir prüfen, dass in diesen 30 Minuten, ob da Kontakt Sinn macht, wie wir dir helfen können, ob wir dich irgendwo hin vermitteln können, ob wir das irgendwie für dich, mit dir erledigen können, wie auch immer. Wir besprechen das in diesen 30 Minuten. Kostet dich gar nichts. Also das kann man, denke ich, wie so eine Service-Hotline, stelle ich gerade fest. Also das kann man, glaube ich, an Zeit gut investieren, um einfach mal so eine mögliche, ja, mögliche Vorgehensweise zu besprechen. Wenn dir diese Podcast-Folge heute gefallen hat, heute ist Montag, Einstieg in die Woche, und ich glaube, das ist ein guter Einstieg in die Woche, mal ein paar Raketen steigen zu lassen, um mal zu sehen, was passiert, dann freue ich mich über deine Bewertung bei Apple Podcast und Spotify und natürlich auch, wenn du bei uns auf der Plattform vorbeischaust, im Genius Alliance Space und einfach mal deine Meinung, deine Gedanken mit uns teilst in den Kommentaren unter die Show Notes dieser Podcast-Folge. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns morgen. Bis dann. Ciao. Bis dann.